Ich hatte einst eine Familie, eine Frau, und einen Sohn, und ich begrob sie, sie und jeden, der mir nahe war. Was ist mit mir passiert? Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Wir sind verbunden, Talion. Mein Leben und deines. Wer bist du, Geist? Ich formte die Geschichte Mittelerdes. Ich fertigte die Ringe der Macht. Celebrimbor, der größte Schmied des Zweiten Zeitalters. Sauron täuschte dich und brachte dich dazu, die Ringe zu schmieden. Er hat dich und deinen Nächsten gefoltert. Vielleicht ist es dieser Schmerz, der uns verbindet. Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Sauron muss besiegt werden. Die Zeit ist reif für einen neuen Ring. Die Welt der Menschen Sie erlischt Ich habe es gesehen Es gespürt In den Feuern des Schicksalsberges schufen ein Waldläufer und ein Geist Im Tode vereint Das eine, das den dunklen Herrscher herausfordern könnte Einen Ring der Macht Doch Macht kann jene blenden, die sie begehren Und auch die stärksten Bande können brechen Die Zukunft, die ich sah, darf niemals eintreten Ach, Kerl, Herr Brimbor Der Tod ruft erneut nach dir, Waldläufer Wie lautet deine Antwort? Ach, Talion Die sind wunderschön Wo hast du die her? Ich habe da noch ein paar Freunde in Gondor Was ist, Liebste? Vergangenes ist vergangen Es lässt sich nicht ändern Wir müssen hier weg Wir können gehen Jetzt Du kommst zu spät Wir sind verheizt Nein 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 Wach auf, Talion Wach auf, Talion Der Geist ruft dich Ich rufe dich Geist Wo bist du? Er erwartet mich Er ruft deinen Namen Talion Talion Kelebrimbor Desk Wie? Wie? Mal Kelebrimbo Was hat man dir nur angetan? Du hast uns warten lassen Lachin frei Eine Spinne lässt ihre Beute nicht gehen, Weitläufer Nicht bis sie etwas Wertvolleres im Austausch dafür hält Ich habe dich nicht ohne Grund hergerufen Du wirst ihn mir zurückgeben Sofort Du bist tapfer Für einen Menschen Doch es ist nicht dein Schwert, das ihn retten wird Wie viel bist du bereit zu opfern? Zu lassen Ich habe bereits alles aufgegeben Noch nicht alles Noch nicht Du willst den Ring Du könntest ihn mir Für den Geist geben Um daneben ihm in deinem Netz zu erwachen? Ich bin Kankra Und ich halte mich an mein Wort Ich würde ihn auch nicht hergeben Warte Ich bin beeindruckt, Waldläufer Er muss dir viel bedeuten Hol deine Marionette, bevor sie stirbt Du hast uns verdammt, Talion Ihre Macht war bereits groß Aber nun besitzt sie auch noch die meine Ich gab meine Lebenskraft für diesen Ring Dann müssen wir ihn zurückholen Kankra Kankra Die Armeen des dunklen Herrschers Suche den Palantir Sauron wird nicht einhalten Bis ganz Mittelerde in seiner Gewalt ist Der Palantir muss geschützt werden Minashi Thiel Ich muss wissen, ob Kankras Vision wahr ist Die Spinne sprach die Wahrheit Gondors letzte Festung in Mordor darf nicht fallen Böge T Justice Die Ch혀 D bar Dre Zurre Dre 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 Der Palantir hat oberste Priorität. Wir müssen ihn finden, bevor er Sauron in die Hände fällt. Mit ihm sind seine Armeen unaufhaltbar. Das Schicksal der Stadt ist egal. Ich werde nicht zulassen, dass sie abgeschlachtet werden wie meine Brüder am Schwarzen Tor. Wir müssen etwas tun. Die Hauptmänner auszuschalten, sollte den Gondoranern Zeit verschaffen. Und sie könnten uns zum Palantir führen. Finden wir einen Wurm und verhören wir ihn.